Herzlich willkommen zu diesem neuen Video der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sehr häufig fragen uns NutzerInnen, wie sie sich am besten mit dem Internet in der Bibliothek verbinden können. In diesem Video möchte ich Ihnen deshalb entsprechend einen Einblick über das Internet und WLAN in der Bibliothek geben. Auf unserer Website haben wir weitere Informationen zum Thema Internet und WLAN zusammengestellt. Die Seite ist in der Infobox verlinkt. Vor Ort in der Bibliothek stehen Ihnen unsere PC-Pools zur Verfügung. Die PC-Pools finden Sie im Erdgeschoss und im dritten Obergeschoss im Raum 304. An diesen Rechnern können Sie auch das Office-Paket und Citavi nutzen. Diese PCs können alle in der Bibliothek angemeldeten Personen nutzen. Für Hochschulmitglieder der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, der Hochschule Offenburg und der Universität Freiburg funktioniert die Anmeldung auch ohne Bibliothekskonto. Zur Authentifizierung geben Sie bitte Ihre Eduroam-Kennung und das Passwort des Hochschulaccounts ein. Wenn Sie WLAN über ein eigenes Gerät nutzen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten. Eduroam ist ein WLAN-Zugang, der Ihnen auf dem Campus der PH automatisch auf Ihrem Endgerät angezeigt wird. Bitte laden Sie sich unter der eingeblendeten URL das passende Installationsprogramm herunter. Der Vorteil ist, dass so alle Parameter der PH Freiburg automatisch übernommen werden. Ihre Login-Daten für dieses WLAN sind der Login, den Sie vom Rechenzentrum der Hochschule erhalten haben mit der Endung www.ph-freiburg.de und das PH-Kennwort. Übrigens, es genügt, wenn Sie die WLAN-Einstellungen einmal eintragen. Die Daten bleiben dann im mobilen Gerät gespeichert. Außerdem können Sie das WLAN Eduroam an allen teilnehmenden Bildungseinrichtungen weltweit nutzen. Bitte beachten Sie, dass Facebook, Instagram, WhatsApp und YouTube über eine Eduroam-Verbindung nicht zur Verfügung stehen. Deshalb empfehlen wir Mitgliedern der Pädagogischen Hochschule Freiburg, sich über das WLAN PHFR anzumelden. Wie das funktioniert, erfahren Sie jetzt. Das WLAN PHFR bietet Mitgliedern der Hochschule einen weiteren Zugang zum Internet. Bitte beachten Sie, dass eine aktive VPN-Verbindung für die Nutzung des WLANs vorausgesetzt wird. Begeben wir uns an dieser Stelle auf einen kurzen Exkurs. Was bedeutet VPN? VPN steht für Virtual Private Network. Es bietet eine technische Lösung, um über ein unsicheres Medium, wie ein WLAN, Zugriff auf den internen Dienst eines Netzwerkes, zum Beispiel eines Hochschulnetzwerkes, zu erhalten. Eine aktive VPN-Verbindung ermöglicht Ihnen also den Zugriff auf die Home- und Gruppenlaufwerke der PH, Zugriff auf die e-Resourcen der Bibliothek und wie schon erwähnt den Zugriff auf das WLAN PHFR. Wir empfehlen Ihnen die Software Cisco AnyConnect. Bitte laden Sie sich die aktuelle Version der Software herunter. In der Infobox ist die entsprechende VPN-Infoseite verlinkt. Bei Fragen zur Installation möchte ich Sie an dieser Stelle auf das Wiki des CICS verweisen. Einen Link finden Sie ebenfalls in der Infobox. Wenn Sie die VPN-Software installiert und sich mit Ihrem PH-Account angemeldet haben, können Sie das WLAN nutzen. Bitte verbinden Sie sich zuerst mit dem WLAN und wählen sich dann erst im Cisco AnyConnect Client ein. Starten Sie danach erst dem Browser. Ich hoffe, dass Ihnen das Video Erste Fragen zum Thema Internet in der Bibliothek beantwortet hat.